Ich bin der Doktor, John. Sorry, you can't help me, you know this place? You speak English? No, just German. I don't understand. English? No, not English, but I go with you. You and me, we go to the street. Together? Together. Yeah, together. Mein Name ist Eva. Mein Name ist Rezan. Und ja, es ist eine schöne Stadt. Augsburg, kennst du Augsburg? Augsburg, schöne Stadt? Nein. Also hier, hier Wahrzeichen von Augsburg. Hallachtturm und Rathaus. Und das ist Markt mit Essen. Ja, Obst und Gemüse. Wir gehen jetzt einfach und besuchen dann meine Tochter. Meine Tochter arbeitet hier. Wir gehen dann hier rüber, ja? Hallo. 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 Grüß dich. Hallo. Sophia. Hallo. Rezan. Rezan. Rezan heißt er. Ah, okay. Er spricht aber nicht Deutsch. Wo kommt er her? Ich weiß nicht, wo er herkommt. Keine Ahnung. Ich führe ihn rum und er muss dann zu einer bestimmten Adresse. Mama? Und da gehe ich hin. Mama? Du kennst ihn gar nicht. Er kommt irgendwo her und du nimmst ihn mit? Ja, ganz einfach. Bist du so frustriert? Ich bin doch nicht frustriert. Jetzt kommst du dich nicht an. Wir wollen hier eine Melone kaufen. Komm, ich hol die mal. Zahlt du jetzt die Melone? Jetzt passt schon, geht schon, aber pass auf, bitte. Ich pass auf. Also, ich zeig ihm jetzt noch ein bisschen. Und wir sehen uns wieder, ja? Okay. Ciao, ciao. 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 Wir können das essen. Ich habe ein Laufen. Perfekt. Danke. Guten Appetit. Die ist aber richtig gut. Richtig süß. Gut. Gut. Du wärst wirklich ein guter Arzt. Gut Doktor. Gut, guter Doktor. Du. Danke, Doktor. Alles in Ordnung? Super. Antasian, Doktor. Schickere. Mh, ist gut? Was? Was ist jetzt los? Hallo. Was ist denn los? Was? Sorry, I'm fine. It's good. I was fine. You can't go to the music. So, das ist das Haus Heimberger Straße. Yes. Thank you. Thank you very much. Deci auch. Und ich hole dich zum Kaffee. Wir trinken Kaffee. Kaffee? With you. Yes, you come here. Together. Together. God. Okay. I said goodbye. Goodbye. He's just a baby. A baby's mother. 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 Wooo! Thank you. Thank you. It's good. Thank you. Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020